Mein Name ist Christopher Seiler, ich bin Schauspieler und Musiker und gemeinsam mit Hornbach habe ich eine Suppenküche auf einem Quadratmeter für Obdachlose und bedürftige Menschen gebaut. Also vielleicht wird man inspiriert mitzuhelfen ehrenamtlich und auch mal eine Suppe auszuschenken. Man darf niemals jemanden so derartig in der Gesellschaft vergessen, dass der sich komplett vergessen fühlt. Also ich hoffe einfach, dass sie viel verwendet wird.